hallo mein name ist verena und ich freue mich sehr dass ihr den weg hier auf meine seite mein nächster schritt gefunden habt ich mache dieses kurze video einfach dass ihr einen eindruck davon bekommt mit wem ihr es hier zu tun habt wer denn so hinter dieser seite steckt und wie ihr sehen könnt bin ich hier auf der weide bei den pferden und das ist kein zufall ich verbringe viel zeit mit dem pferden weil sie für mich einen sehr sehr wichtigen teil in meinem leben bilden und ich auch unglaublich viel von ihnen und mit ihnen gelernt habe und immer weiter lerne ich finde das unglaublich spannend besonders spannend finde ich dass ich bei den pferden das finde und immer leichter auch sehen kann was ich festgestellt habe was mir selber in meinem leben weiterhilft und was oft ein bisschen theoretisch daherkommt diese ganzen ja philosophien die man so hört und guten ideen wie man denn sein leben verbessern kann und so weiter und wenn ich dann zu den pferden raus gehe dann sehe ich es ist wirklich einfach oder sagen wir so es kann wirklich einfach sein es geht darum dass wir alle miteinander verbunden sind dass wir durch das leben miteinander verbunden sind und es geht darum dass wir dieses potenzial dass wir haben diese lebendigkeit dass wir die in unserem leben umsetzen auf eine art die uns allen hilft die uns allen die das leben bereichert für uns alle und darum geht es mir und ich habe da in meinem leben einige ein paar prinzipien lernen dürfen die wirklich durch alles sich durchziehen und die das ganze auch sehr einfach machen aber weil wir menschen sind und es eben gerne kompliziert mögen und da bin ich das beste beispiel glauben wir das auch nicht ja und da hilft es auch immer wieder mir hilft es sehr wenn ich dann raus geht zu den pferden in die natur und sehen kann es kann wirklich einfach sein wenn wir zurücktreten wenn wir uns selbst aus dem weg gehen ja und das möchte ich gerne mit euch teilen da gibt es ja die verschiedensten aspekte unter denen man das betrachten kann das ganze und jeder möchte auch was anderes in seinem leben umsetzen und erleben und ja und darum geht es das macht das leben so spannend was wir alles hier erreichen und und tun können ja und dabei möchte ich euch gerne unterstützen dabei möchte ich dass uns alle gegenseitig unterstützen können denn das macht einfach spaß ja wenn ihr fragen habt anregungen feedback ich lade euch ein schreibt mir gerne meine e mail ist verena ja und ich freue mich drauf macht's gut